Easy One-Way-Smokes mit Cypher auf Bein. Auf A könnt ihr super die Fallen nutzen, um eure Gipner vorzeitig aufzudecken, damit ihr super für die One-Way-Smoke vorbereitet seid. Für die One-Way stellt ihr euch hier an die Ecke, aimt hier auf das kleine Löchlein, werft die Smoke da hoch und wenn Gegner kommen und die Fallen ausgelöst wurden, könnt ihr die triggern, easy kills holen. Easy peasy. Noch eine One-Way auf B, geht in die Ecke, aimt mit dem Crosshair auf den Balken hier, macht eure Smoke, die landet perfekt da oben drauf und jetzt habt ihr eine perfekte One-Way für Heaven. Noch eine One-Way für Garage, stellt euch direkt links neben die Garage, aimt auf den Balken, werft eure Smoke, dann perfekt. Stellt euch dann wie back hin, triggert und wieder eine easy One-Way-Smoke. Für mehr Content, subscribe to my channel. Danke.